ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der S&P 500 ist am freitag in eine kurzfristige unterstützungszone eingetaucht schauen wir uns das gleich mal genauer an den risiko und weil es gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche gehen wir rüber zum S&P 500 der index hat in der vorwoche ein zweites tiefes hoch ausgebildet und erneut im minus geschlossen nachdem das 78,6% retracement der vorigen abwärtsbewegung nicht nachhaltig durchbrochen werden konnte wer long unterwegs ist handelt nach wie vor gegen den trend aber was ist jetzt wahrscheinlich eine weitere erholung oder doch die fortsetzung des langfristigen abwärtstrends gehen wir mal runter in den vier stunden chart am freitag ist der index in eine wichtige unterstützungszone eingetaucht es gab erst den kursanstieg dann sind durch den starken anstieg ungleichgewichte am markt entstanden und dann hatte der markt kurz vor einem wichtigen widerstand gedreht eine wichtige unterstützung durchbrochen es gab die erholung und dann noch mal den stärkeren ausverkauf wir sind jetzt in einer wichtigen unterstützungszone und die reaktion wird hier also ganz entscheidend sein es gab schon zwei fehlausbrüche auf der unterseite ein erholungsversuch aber jetzt auch wieder die gegenbewegung beziehungsweise das tiefere eintauchen in die zone und eine annäherung an dieses wichtige tief potenzielle ziele auf der oberseite wir gehen noch mal in den wochen chart sind das jahres hoch das vor drei wochen erreicht wurde bei 4.208 punkten und dann haben wir das august hoch hier oben würde sich erst entscheiden ob der langfristige abwärtstrend beendet wird auf der unterseite im falle dessen dass die unterstützung nicht halten sollte dann könnten die ganzen höheren tiefs der vorherigen aufwärtsbewegung als kursziele die dienen und das jahrestief aus dem jahr 2022 wäre rein theoretisch das übergeordnete kursziel und der abwärtstrend ist intakt so dass durchaus noch mal erwartet werden könnte das ist eine annäherung und vielleicht sogar auch einen test gibt das gerne einen daumen da mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal